We mentioned in our party program that, äh, äh, was heißt ablehnen? Sie sehen, das ist noch übungsbedürftig. Am kommenden Samstag, am 3. Oktober, gibt es hierzulande wieder einen Feiertag. Bevor Sie groß ins Grübeln kommen, ich verrate es Ihnen, es ist der Tag der deutschen Einheit. Mann, ist doch alles total Panne hier, ey! Hast du Schluss gemacht? Ja. Wann? Ähm, noch nicht allzu lange her. Noch nicht allzu lange her, das denke ich mir. Das kann doch nicht allzu lange her sein, weil Nina eigentlich nicht wirklich mitgekriegt hat, dass du mit ihr Schluss gemacht hast. Ja. Da drüben kommt sie. Oh, du wirst verpestet, du wirst! Nina, Nina, Nina! Müsst du nicht ganz dicht im Kopf? Nina! Dumm oder was? Nina! Welch du dumm im Kopf? Ey, wie gehst du denn ab, Alter? Haben wir denn jetzt noch was? Ja, ganz bestimmt sogar. Wollen wir noch mal? Komm? Nee, egal. Ja, jetzt ist es ein Beinchen. Bist du mal gut im Raum sein? Hallo! Ja, das ist ein Beinchen. Ja! Ja, das ist ein Beinchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017